Sollte ich etwa... Dad! Mike! Wo steckst du? Dad! Dad! Mike! Polizist Malcolm! Polizist Malcolm! Es sieht aus, als wenn er in die Gefahrenzone reingegangen wäre. Oh nein! Und die Flut kommt! Ich werde schnell auf der Wache anrufen. Mike Flatt hat sich in der Schlingwartzone verirrt und die Flut kommt. Sofortige Aussendung einer Such- und Rettungsmission. Elli, wir treffen uns dann im Watt. Verstanden, Sam. Hilfe! Hilfe! Da geht's lang. Bitte umkehren. Gut so, ja. Bitte weitergehen. Nein! Ich sag doch rumkehren. Hier geht's lang. Ja. Und fertig. Entschuldigung, Sir. Ich brauche jetzt Jupiter und das Hovercraft. Natürlich, Sam. Mach bitte den Weg frei. Der ist erfolgreich. Richtig. Genau so fährt man mit einem Anhänger. Elli! Und Tom. Und Polizeihauptmeisterin Ravani. Los! Hier, da ist er, da lang. Nein, noch keine Spur von ihm. Na, wer sagt's denn? Hier unten! Ich bin hier unten! Wir haben ihn! Ellie, sieht so aus, als hätten ihn die Hubschrauber gefunden. Ellie, helf mir! Ich steck hier fest! Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da jetzt raus. Pass auf, Mike. Das hier ist ein Schnellrettungssteg. Und mit dem hol ich dich da raus. Danke, Sam. Okay, Ellie. Wir können los. Verstanden, Sam. Mein fuchslicherer Beutel. Hey, wag es ja nicht, du kleiner Frechfuchs. Na, warte. Nein! Das Feuer! Menno! Wir müssen die Feuerwehr verständigen. Mach bloß keinen Stress. Da ist doch ein Eimer mit Wasser. Siehst du? Ähm, ich denke, ich werde die Feuerwache doch verständigen. Ein ausgefuchster Fuchs hat die wilden Männer von Pontypandy überlistet. Erneut. Und sie haben einen Waldbrand verursacht. Ich weiß nicht. Ich mag keine Dreibeinrennen. Ein ausgefuchster Fuchs hat die wilden Männer von Pontypandy überlistet. Äh, erneut. Und sie haben einen Waldbrand verursacht. Junge Retter, wir müssen ein Feuer löschen. Halt! Wartet! Steht es etwa damit unentschieden? Äh, äh! Oh nein! Schnell! Fang mit dem Löschen an! Schnell! Äh! Hast du denn gar nichts gelernt bei dem Dreibeinrennen, Norman? Schneller geht es langsamer. Und vor allem durch Teamwork. Junge Retter, ihr wartet in sicherer Entfernung mit mir. Und jetzt Penny? Passt gut auf. Ich fahre Venus 2 und werde das Feuer von der entgegengesetzten Seite mit Löschschaum eindämmen. Arnold und Sam, ihr löscht das Hauptfeuer mit dem Wasser aus Jupiters Tanks. Und Elvis, du wirst die kleineren Feuer mit der Feuerpatsche ausmachen. Verstanden, Penny? Toll! Die können das so gut! Ein echtes Team! Ja, und echtes Teamwork! Das war so unglaublich! Keine Hektik, nur konzentriertes Teamwork! Na, wenn wir so ein Team wären, Norman, dann hätten wir glatt das Rennen gewonnen. Ach, so ist das! Ja, natürlich! Und ich weiß schon ganz genau, was zu tun ist. Wiederholen wir das Rennen! Nein, 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 nein! Das muss total nach Action aussehen, Ben! Du bist der Surfer-King! Du machst eine Drehung aus dem Stand! Du stehst nur auf coole Sachen, du... Ich steh einfach nur da! Na und? Dann kannst du trotzdem noch aufregend aussehen! Hör zu! Ich zeig's dir! Husch, husch, husch! Etwa so! Oder so! Wie wär's mal? So! Äh, ich bin nicht sicher! Sieht aus, als hätte Mami ganz viele Hummeln im Hintern! Ich weiß! Das wird ja nie spannend aussehen, weil das Segel dazu stehen muss! Ich hab das Segel extra nicht aufgestellt, denn wenn man das tut, kann der Wind ein... Oh! Ähm, ein leicht fortreißen? Mami wird gleich fliegen! Ja, Lilly, vielleicht! Hilfe! Ich kann nicht an... Halt! Halt! Oh, das ist es, James! Perfekt! Vorsicht! Ach! Ah! Oh! Oh! Was? Das gibt's nicht! Du hast meine Sandburg gerade total zerstört! Ah! Halt an! Ich werd lieber schnell den Rettungsdienst rufen! Das habt ihr gut gemacht! Ihr werdet sicher mit einem der Fotos gewinnen! Huh! Frau Chen steht auf einem Windskater, der aufs offene Meer hinaustreibt und kann ihn nicht stoppen! Oh! Frau Chen steht auf einem Windskater, der aufs offene Meer hinaustreibt und kann ihn nicht stoppen! Huh? So ist es gut, ihr Lissi. Entschuldigung! Sie ist da lang! Wo ist denn hier nur die Bremse? Durchhalten, Frau Chen! Wir sind gleich da! Oh nein! Wirklich? Ruhig geradeaus, Ellie! Verstanden, Sam! Das war knapp! Danke, Sam! Keine Angst, Frau Chen. Das wäre überstanden. Es tut mir so leid. Ich war so abgelenkt davon, das allerbeste Foto zu schießen, dass ich an die Sicherheit gar nicht mehr gedacht hatte. Man sollte immer sehr vorsichtig sein in der Nähe von Gewässern, Frau Chen. Besonders mit Dingen, von denen man nicht weiß, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, das scheint nicht zu funktionieren, Sam! Tom! Ich hole mich zwei jetzt einsatzbereit. Ja, ist so gut wie fertig, Sam. Ich werde in ein paar Minuten in der Luft sein. Na und wie weiter, kleiner Bruder? Ich weiß es nicht. Und wie sollen wir dann hier rausfinden? Wir kommen hier raus. Press diese nassen Taschentücher vor eure Nase und den Mund. Dann atmet ihr den Rauch nicht so ein. Und bleibt dicht am Boden, richtig flach hinlegen. Da ist noch die meiste Luft zum Atmen. Wenn wir nur Feuerwehrmann Sam rufen könnten, um ihm zu sagen, wo wir sind. Wartet! Wenn diese Baumgruppe hier ist und der Weg da lang geht, bedeutet das, dieses Felsplateau ist ganz in der Nähe. Und das ist vielleicht hoch genug, um dort im Fall zu haben. Sehr gut. Ihr rührt euch nicht vom Fleck. Ich komme gleich wieder. Malcolm, seid ihr in Sicherheit? Wir sind auf eine Lichtung eingeschlossen und Mike ist verletzt. Ich schicke dir unsere genaue Position. Ich weiß, wo das ist. Aber das dauert so lang, bis wir da sind. Genau rechtzeitig, Tom. Ich schicke dir die Koordinaten der eingeschlossenen Wandergruppe. Das Feuer darf nicht bis dahin kommen. Alles klar, Sam. Bin schon unterwegs. Penny, wir ändern den Plan. Ich brauche euch mit Venus so schnell es geht beim Picknickplatz. Verstanden, Sam. Sind schon unterwegs. Hey, ihr da unten. Keine Sorge, Sam ist gleich bei euch. Jetzt kann uns nichts mehr passieren, Kinder. Arnold, du hilfst Elvis und Ellie dabei, das Feuer von dieser Stelle aus zu bekämpfen. Penny, wir zwei sorgen mit dem Löschwasser für eine Schneise im Wald. So können wir da alle rausschaffen. Verstanden, Sam. Der Qualm wird immer dicker. Wir haben es auch. Ihr seid wirklich die Größten. Wir bringen Mike zu Venus und dann folgen wir Penny. Aber schön dicht am Boden bleiben. Machen wir, Sam. Nimm meine Hand, Norman. Danke, Sam. Entschuldige, dass wir uns über deine Karte lustig gemacht haben. Durch sie hast du uns alle gerettet, Dad. Vielen Dank, Schatz. Ich denke, das ist uns allen gemeinsam gelungen. Oh, und den Tieren ist zum Glück auch nichts passiert. Oh, ich schätze, das hier hat das Feuer höchstwahrscheinlich verursacht, Sam. Oh, äh, ups. Ich glaube, das ist vielleicht meins. Norman, es sind nicht nur Lagerfeuer und Grillplätze, von denen Gefahr ausgeht, wenn es so heiß und trocken ist. Eine Lupe kann ebenso einen Waldbrand verursachen, weißt du? Bitte entschuldige, da schnappt ihr doch dieses supergroße, unheimliche Flatterding nach mir. Du meinst wahrscheinlich diesen niedlichen Käfer, Norman. Aber, äh, er ist auf meiner Nase. Nicht die Nerven verlieren, Norman. Denk immer dran, was vorhin passiert ist. Ach, nur nicht die Nerven verlieren, nicht die Nerven verlieren. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Von hier oben habt ihr eine tolle Aussicht. Ich wette, das ist nicht so gut wie das Newton-Haar. Na ja, ich würde mal sagen, das war schon ganz gut. Oh, cool. Titan fährt bei dem Einsatz mit. Das ist echt super stark. Sieh mal. Der Polizeihubschrauber auch. Das ist die beste Tour aller Zeiten. Das Paddel. Oh, nein. Das Brett verliert die Luft durch das Loch. Singt noch nicht. Du darfst noch nicht singen. Ja, ich hab's geschafft. Aber das ist ja eine Insel. Und jetzt? Wie soll ich bloß wieder an Land kommen? Ich bin hier. Hallo. Hier bin ich. Ich bin hier. Entschuldige, bitte. Ich hab mich doch entschuldigt. Ich verstehe. Du beschützt ja nur dein Nest. Keine Sorge. Ich werde am anderen Ende warten. Aber woher soll das Rettungsteam wissen, wo ich jetzt bin? Was mache ich denn nur? Oh, ich weiß was. Okay, wir müssen uns aufteilen. Wir vergrößern jetzt den Suchradius. Verstanden, Penny? Verstanden, Penny? Noch keine Spur von James hier. Auch nicht von hier oben. Dieses Gebiet ist ja riesengroß. Hey! Ich bin hier. Hier unten. Ich bin hier unten. Sekunde. Ich seh da etwas. Was denn, Polizeihauptmeisterin? Ja, ich hab ihn. Es ist James, aber ich kann nicht runter zu ihm. Es ist Nistzeit und ich will die Vögel nicht mit dem Lärm verschrecken. Sam, kriegst du das hin? Neptun kann da unmöglich ranfahren. Verstanden, Penny. Juno ist perfekt für den Job. Onkel Sam, ich bin hier. James! Pass auf, Onkel Sam. Der Vogel da hat extrem üble Laune. Keine Sorge, James. Ich werde dich schnellstens wegholen von ihm. Dann hat er die Insel wieder ganz für sich selbst. Sarah, beeil dich. Wir haben neue Kundschaft. Ich mach's so schnell ich kann. Ich werde von einem Schaf gefressen. Sarah, Vorsicht! Du rollst weg! Oh! Oh nein. Ich komm nicht an die Pedale ran. Oh nein. Sie kann nicht mehr anhalten. Und die Straße führt direkt zum Strand. Ich rufe die Seenotrettung. Sarah Jones ist gefangen in Schwesterplatzwagen und rast direkt auf den Strand zu. Sarah Jones ist gefangen in Schwesterplatzwagen und rast direkt auf den Strand zu. Sarah, wenn du mich hören kannst, nimm das Funksprechgerät. Sarah, hörst du mich? Ja, ich hör dich, Onkel Sam. Ganz laut und deutlich. Hilfe ist schon unterwegs, aber die Flut kommt und du musst dich in Sicherheit bringen, bis wir bei dir sind. Hör jetzt genau zu. Ich sage dir, was du tun musst. Ähm, verstanden, Onkel Sam. Okay, Sam. Du wirst jetzt den Sicherheitsgurt abmachen? Nimm die Seitenscheibe runter und aus dem Auto raus. Sprich mir nach. Abgurten, Fenster, raus. Ja, verstanden, Onkel Sam. Abgurten, Fenster, raus. Abgurten, Fenster, raus. Sehr gut, Sarah. Keine Angst, Sarah. Ich hab dich. Ganz groß, Elvis. Zum Glück sind jetzt alle wieder in Sicherheitshemden. Aber unsere Übungen sind nicht gerade wie geplant verlaufen. Das heißt auch, dass ich keine guten Aufnahmen für mein Seenotrettungsvideo bekommen habe. Nein, Sir, das wird vielmehr das allerbeste Seenotrettungsvideo aller Zeiten. Sämtliche Bodycams waren noch eingeschaltet während der Rettung von Sarah. Ich weiß, das war keine Absicht, Sarah. Aber du musst sehr vorsichtig sein, wenn du in einem Fahrzeug sitzt. Und vor allen Dingen nichts darin anfassen. Entschuldige, Penny. Tja, ich glaube, das heißt, wir werden wohl nie den neuen Flex-Dexter-Film sehen können. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, James. Ich wüsste jetzt noch einen viel besseren Film, den ihr sehen könnt. Willkommen zur großen Premiere dieses neuen Meisterwerks. Seht nun in der Hauptrolle unsere neuen Actionhelden und einzigartigen Filmstar, Elvis Criddington. Ich bin der König der Welt. Oh nein, das ist die falsche Fassung. Ich hab mein Würstchen fallen gelassen. Upsi. Wir sollten lieber das Rettungsteam rufen. Der Geist von Pontypandy Pete ist erschienen. Er hat ein Pferd erschreckt. Es rennt mit einer vollbesetzten Kutsche durch die Gegend. Das hatten wir noch nicht. Dann schneiden wir dich mal in deinem neuen Sitz an, was, Sophie? Bloß keine Sirene heute, Elvis. Das verschreckt das Tier ja nur noch mehr. Sam, Lissi, wir werden Unterstützung brauchen. Verstanden, Elvis. Ich bin so schnell wie möglich bei euch. Ich bin unterwegs. Langsamer, Prinz. Halt doch an! Hier, es reicht jetzt, stopp! Oh nein, Penny. Wie wollen wir sie denn nur retten, ohne das Pferd noch mehr zu verschrecken? Ich weiß es nicht, Elvis. Was ist denn, Schnuffi? So klingt er, wenn er raus will. Schnuffi! Hoffentlich verschreckt er das Tier nicht. Keine Sorge, Penny. Schnuffi kennt Prinz schon, seit sie so klein waren. Vor Schnuffi erschreckt sich Prinz bestimmt nicht. Er tut genau das, was ein Feuerwachenhund früher getan hat. Ja, die Pferde beschützen. Er passt seine Geschwindigkeit an, um Prinz zu bremsen. Süß. Und habt ihr's gut überstanden? Ja, danke, Penny. Ja, weil unser Retter Schnuffi heißt. Es tut mir leid, Lizzie. Ich wollte das Pferd doch nicht verschrecken. Schon in Ordnung, Norman. Das weiß ich ja. Und es ist ja auch nichts passiert. Aber gib mir Acht in der Nähe dieser Tiere. Denn Pferde sind groß und stark, aber sie sind auch sehr leicht zu erschrecken. Also Schluss mit den gruseligen Kutschfahrten. Oh, aber kann ich vielleicht eine normale Kutschfahrt stattdessen machen? Wenn du willst, Norman. Ja. Soll dieses Viren heißen, dass es mich veräppelt? Oh, da ist ja ein Würstchen. Sehr gut, Ellie. Genauso sieht eine echte Actionheldin aus. Echt klasse, Ellie. Toll, wirklich unglaublich. Unglaublich. Voll cool. So werden wir garantiert auf dem ersten Platz landen. Hier kommt eine Fünfe. Gut gemacht, Sarah. Wieso fährst du nicht mehr, Kusam? Und ich spritz dich nass. Lieber nachher, Ellie. Brauchst du nicht noch einen Eimer Wasser, Sarah? Wie wär's denn mit einer Einlage von Elvis Grendlington? Gitarren-Superstar. Oh, yeah. Eigentlich nicht unbedingt, Elvis. Oh, und wie wär's denn wohl? Mit der Knie-Rutsch-Superstar-Pose. Oh nein, das war mein Rücken. Ähm, am besten sollten wir jetzt zu dem Hovercraft gehen, Mandy. Ja, das sollten wir, Sarah. Ähm, kann mir mal jemand aufhelfen, bitte? Bereit für deinen Eimer Wasser, Sam? Ja, für ein gutes Foto jederzeit. Dieses Bild wird fantastisch. Und jetzt den Wind, Sarah. Wind in drei, zwei, eins. Oh, seht mal her, ich bin ein Cowboy. Hallo, liebe Fotofreunde. Seht ihr, ich bin fertig für meine Western-Super-Großaufnahme. Ähm, Elvis, entschuldige, aber du siehst nicht gerade aus wie ein typischer Cowboy. Oh, tu ich's nicht? Naja, du trägst eine Feuerwehr-Uniform und sitzt auf nem Spielzeug. Ach so. Und jetzt das Wasser, Sarah. Schon unterwegs. Und, gefällt dir das Fotoshooting, Sam? Nicht die Model-Karriere, die ich eigentlich anpeile, Halli. Ich weiß nicht, ob wirklich alle so nass werden. Ah! Das ist fantastisch. Oh nein, direkt aufs offene Meer raus. Ich ruf doch das Seenotrettungszentrum an. Das hier ist unsere Beobachtungs-Plattform. Ja, tja. Wie dem Aussei, vom Ausguck hier, kann unseren Adleraugen und unseren Retterblick wirklich gar nichts entgehen. Oh, wir sehen von hier oben ab und alles vom winzigsten Paddelboot. Zu den, äh, ja, Polizeihauptmeisterinnen. Ähm, da fliegt was rum. Oh, oh, äh, das meinen sie. Jo und Hanna treiben auf das offene Meer hinaus. In einem düsengetriebenen Heißluftballon. Jo und Hanna treiben aufs offene Meer hinaus. In einem düsengetriebenen Heißluftballon. Polizei, Hauptmeisterin. Polizei, Hauptmeisterin. Sehen Sie, in welche Richtung die beiden unterwegs sind? Nein, Sam. Sie waren viel zu schnell. Ich fliege jetzt weit raus und suche die Gegend systematisch ab. Und hier ist Verstärkung in Wallaby 2 Polizeihauptmeisterin, Sie sollten im Süden suchen Tom, du suchst im Norden Verstanden, Hauptfeuerwehrmann-Stil Halt dich gut fest, Anna Wir müssen raus aus dem Ballon Ich habe Sichtkontakt und übertrage die Koordinaten Ich gehe runter Haltet euch hieran fest Ben, du musst mit Titan nach Portipendi Island fahren Oder es entsteht da bald ein gigantisches Feuer Oh, ich bin gleich da Aber ich kann die Löschkanonen nicht bedienen Hier ist niemand, der sie auf die Insel richtet Da hätte ich eine Idee Ich weiß ganz genau, wer da fehlt für diesen Job Ich weiß nicht, sondern sieramos Puh, das war ja ein Volltreffer. Und hier, ganz genau so würde ein echtes Dinosaurier-Ei aussehen. Was war das? Ich schätze, das war Derek, der an einem Pterodactylus-Drachen hängt. Oh, meine Güte! Oh! Was? Hilfe! Wir rufen lieber Stellfeuerwehrmann Sam! Derek Price wurde von Dinosauriern erschreckt von einem Pterodactylus-Drachen entführt und sitzt jetzt hilflos auf einem Klippenvorsprung von Dinosaurier-Ei-Land. Äh, ich meinte Pondipendi-Ei-Land. Drei, zwei... Achtung, Feuerwehrleute! Oh, und wo bleibt die Eins? Derek Price wurde von Dinosauriern erschreckt, von einem Pterodactylus-Drachen entführt und sitzt jetzt hilflos auf einem Klippenvorsprung von Dinosaurier-Ei-Land. Ah, ich meine Pondipendi-Ei-Land. Zum Einsatz nach Pondipendi-Ei-Land. Du fährst zum Fuß der Klippen-Band. Wir nähen uns von oben. Verstoppen, Sam! Derek, hab keine Angst! Feuerwehrmann Sam ist unterwegs zu dir! Das Seil ist gesichert, Sam! Ganz ruhig, Derek. Ich komme jetzt runter zu dir. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Können wir, Derek? Nächster Halt Titan. So, wir haben's gleich, Derek. Vorsichtig! Alles halb so schlimm. Sehr gut, Team. Treffpunkt ist am Strand. Verstanden, Sam! Ich hätte wirklich so gern mitgemacht bei unserem Löschkanonenziel schießen. Schon klar, ich weiß, dass sie mir nicht glaubt. Aber der war ein richtig echter Dinosaurier. Ach, hör doch auf damit. Du weißt, dass das Quatsch ist. Tja, ich würde gern sagen, frag Norman. Aber ich schätze, den hat der Dinosaurier wirklich erwischt. Ähm, es ist vielleicht kein absolut echter Dinosaurier gewesen. Was? Du Kleiner! Siehst du, Norman? Wer sich so sehr erschreckt, kann ziemlich schnell in echte Gefahr kommen. Und wenn du damit spielst, ist das gar nicht in Ordnung. Fertig, Sam! Ist gut, Charlie. Norman! Du solltest die Plakate abmachen und nicht ich! Mach ich ja, Mandy. Aber zuerst... Tada! Alle, die hier vorbeifahren, sehen diese große Normanski-Werbung. Nicht schlecht, was, Trommelmeister? Oh, Dad! Das ist wirklich beeindruckend! Ach, das ist doch nur eine kleine Bastelei. Nichts weiter! Möge die beste Werbung gewinnen, Norman! Norman! Norman, was hast du denn jetzt wieder vor? Ich werde diese rollende Plakat-Wand aufhalten! Gleich wird Mike schon sehen, wer hier die beste Werbung hat. Hey! Hoppla! Norman! Die konntest du nur! Wo ist... Du meine Güte! Und da steht ein Tanklaster! Hab ich! Ich rufe schnell Feuerwehrmann Sam! Durch eine brennende Werbetafel ist ein Tanklaster am Pontipendi-Kai in Gefahr. Durch eine brennende Werbetafel ist ein Tanklaster am Pontipendi-Kai in Gefahr. Oh, nein! Bitte tretet alle zurück! Und beeilt euch! Malcolm, ich brauche deine Hilfe. Du musst die zweite Wasserkanone bedienen. Ich bin doch kein Feuerwehrmann, Sam. Ich weiß, aber wir haben keine Zeit. Sonst ist ganz Pontipendi in Gefahr. Wir tun es. Ben, bring uns in sichere Distanz. Mach ich, Sam. Hör zu, Malcolm. Ganz ruhig halten, zielen, Wasser, Marsch! Aber jetzt! Penny, wir erreichen nur eine Seite des Lasters mit den Wasserkanonen. Also versuchen wir, den Tank so gut es geht zu kühlen, bis ihr eintrefft. Wir sind fast da, Sam. Bei diesem Brand müssen wir Löschschaum einsetzen, Elvis. Verstanden, Penny? Und jetzt löschen wir die kleineren Feuer. Alle Feuer gelöscht, Sam. Und der Tanklaster hat sich abgekühlt. Und daher kann es nicht mehr zu einer Explosion kommen. Danke, Malcolm. Falls du irgendwann weg willst aus dem Polizeidienst, du bist ein großartiger Feuerwehrmann. Danke, Sam. Ich denke, das Feuerlöschen überlasse ich doch lieber euch. Hat diese wild gewordene Werbetafel vielleicht irgendwas mit euch zu tun? Ja, also bis auf das Wild geworden. Es tut mir leid. Ich war neidisch, weil Mikes spektakuläre Werbetafel viel mehr Leute für seinen Trommelshow begeistern würde. Ich denke, ihr solltet euch was Sichereres ausdenken, um die Leute in eure Shows zu holen. Zusammenarbeiten wäre nicht schlecht. Das wird dann eine ganz besondere Show. Oh, eine interessante Idee. Zauberei und Trommeln. Äh, ich denke, du wolltest sagen Trommeln und Zauberei. So, alle auf Position. Was ihr zu tun habt, wisst ihr ja. Bodycams an, lasst uns zusammen sehen und Rettungsfilmgeschichte schreiben. Irgendwie hat es der Dreh dieses Rettungsvideos Hauptfeuerwehrmanns Stil sehr angetan. Komm schon, Ellie. Wir sind fertig für die Nahaufnahmen. Und... Action. Denk dran, Sam, du bist schiffbrüchig und hoffst gerettet zu werden. Hilfe, Hilfe! Ich bin schiffbrüchig und hoffe gerettet zu werden. Los, Kripplington! Ich bin der König der Welt! Aus! Aus! Oh, Kripplington! Ich sehe nur deine Nasenlöcher! Und hör endlich auf, da rumzubauern wie ein Sack Kartoffeln! Oh nein, das wird der schlechteste Seen- und Rettungsfilm aller Zeiten. Hey ihr! Hört sofort auf, Autos zu waschen! Das Autowaschen war unsere Idee! Keine Chance! Wir wollen auch den neuen Flex-Dexter-Film gucken. Und wir holen uns dazu noch Popcorn und literweise Limo. Norman, komm schon! Zeit ist Geld! Hör auf zu reden und fang an zu wachsen! Die können sogar wachsen! Und wir waschen eigentlich nur mit Dreckwasser. Ha! Ist ja nicht unsere Schuld, dass eurer Autowäsche nichts taugt. Das wird sich noch zeigen, Norman Price! Wir haben nämlich als nächstes vor, ähm, äh, wir haben vor, äh, uns zum Waschen hierher zu stellen! Ja! Ja! Dann werden wir ja sehen, wer mehr Autos wäscht! Hm? Hm? Jetzt die Rettungsschlinge anlegen, Quiddlington und richte die Bodycam auf ihn, während du das versuchst! Äh, 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 gleichzeitig ist das wirklich schwierig, Sir! Äh, äh, äh! Und es wäre schön, wenn du, Quiddlington, etwas mehr wie ein Actionheld aussiehst, versuch's, auch wenn es schwer fällt! Puh! Wie wär's, wenn ich meine Muskeln so richtig spielen lasse und dazu ein Flex-Dexter-Lächeln aufsetze! Äh, rauf! Äh, rauf! Äh, rauf! Ich glaube nicht, dass das funktioniert! Nun leg endlich Sam die Rettungsschlinge an, Elvis! Ähm, in Ordnung, Elli! Äh, Tom! Ich denke, es kann losgehen! Bitte hol uns rauf! So ist's gut! Die Action-Szene, der Höhepunkt! Das Große! Uuuh! 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 James Jones hat sich in den Bergen verirrt! Wir müssen sofort eine Suchaktion starten! Ich fliege mit Penny und Tom in Wallaby 2! Sam, du folgst uns im Rettungswagen! Verstanden, Helen! Oh, oh! Oh! Denk an das Sissi-Blup, Sam! Kein Kopfn aus dem Sissi-Blup! James! Wo bist du? Oh! Oh nein. Ich hoffe, wir finden ihn bald. Die Sonne geht ja jetzt schon unter. Hilfe! Hilfe! Ich bin hier unten. Es wird gleich dunkel, Tom. Wir müssen James finden. Verstanden, Sam. Ich schalte die Wärmebildkamera ein. Bingo. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ich lasse dich runter, Helen. Verstanden, Tom. Keine Angst, James. Wir werden dich hier schnellstens rausbringen. Bist du verletzt? Ähm, nein. Glaube ich jedenfalls. Halt dich gut fest, James. Das wird jetzt noch ein bisschen wackelig. Ich hab ihn, Penny. Hol uns rauf. Verstanden, Helen. Ganz vorsichtig, Tom. Hallo, Onkel Sam. Alles okay, Sam. Aber sei vorsichtig bei der Rückfahrt. Er hatte auf jeden Fall genug Aufregung für heute. Verstanden, Helen. Keine Sorge. Ich verschütt kein Zischi-Blub. Gut gemacht, Pfadfinder. Und ihr habt erstklassig bandagiert. Hab ich gemacht. Es ist sehr gut, dass du so viel gelernt hast aus diesem Buch, James. Aber ich fürchte, du hast die erste Seite glatt übersehen. Herzlichen Glückwunsch, James. Alles Liebe von deiner Schwester Sarah? Äh, nein, nein, nein. Nicht das. Blätter mal weiter. Äh, Inhalt? Nein, James. Das ist es auch nicht. Oh, das ist es. Stets die Ruhe bewahren. Ja, ja. Das mein ich, James. Stets die Ruhe bewahren. Soll ich dich vielleicht im Rettungswagen mit zurück nach Pontypandy nehmen, Trevor? Vielleicht wäre es das Beste, wenn ich jetzt fahre, Elvis. Und dann könnte ich dir unterwegs Nachhilfe geben. Uh, na gut, Helen. Aber dann könnte ich ja eigentlich das Zischi-Blub austrinken, oder? Ein unkontrolliertes Feuerwerk hat das Haus der Pflats in Brand gesetzt und breitet sich rasend schnell aus. Penny, du fährst zum Haus der Pflats. Wir löschen die anderen Feuer. Aber wir werden Saturn brauchen, um sie zu finden. Verstanden, Sam. Starten von Saturn jetzt. Da sind ein paar Kleinfeuer im Wald im nordöstlichen Teil, Sam. Verstanden, Elvis. Wir sind gleich da. Die Garage. Joe und Mike sind da drin gefangen. Wir holen sie raus. Was haben wir gleich? Bleibt in guter Nähe. Und dann nichts wie raus. Das kriegen wir schon unter Kontrolle. Ihr löscht den Brandwirt, bevor er sich ausbreitet. Ich werde die Kleinfeuer löschen. Dad! Hey! Oh, Dad! Ich hatte solche Angst. Beim Haus der Pflats ist alles klar, Sam. Und wie ist die Lage bei euch? Hier ist auch alles unter Kontrolle, Penny. Es tut mir so leid. Der Aufbau von dem Pyrotechnik Technostart Modul 2000 dauert eben. Ich hatte einfach nicht genug Zeit für den Sicherheitscheck. Nicht doch. Ich hätte niemals so furchtbar ungeduldig sein dürfen, Dad. Hätte ich dir bloß mehr Zeit gegeben. Das Warten hat sich nämlich sehr gelohnt. Nun, egal wie gut es auch war. Willst du ein wirklich sicheres Feuerwerk genießen, dann sie dir nur eins an, dass Profis machen. Aber das ist ja leider schon längst vorbei. Nein, ist es noch nicht. Wenn ihr schnell macht, kommt ihr noch rechtzeitig hin. Wollen wir hin, Dad? Aber natürlich wollen wir, Hannah. Cool. Dann werde ich also doch zweimal Feuerwerk sehen. Und hoffentlich fliegen diese Raketen dahin, wo sie hingehören. In den Himmel. Fast so gut wie dein Feuerwerk, Dad. In Dinnis' Laden ist ein Feuer ausgebrochen. Und Trevor, mein Held, ich meine natürlich Dinnis' Held, ist zusammen mit einer halben Tonne geborener Erbsen im Laden eingeschlossen. Los, junge Retter. Wir folgen ihnen im Minibus. Dann seht ihr das ganze Team live in Action. Na los, das wird spannend. Sauerstoffvorrat 100%. Dann schalte du den Strom ab, dann lösche ich den Brand. Ganz gut. Ich suche Trevor. Alles klar, Penny. Leg los. Ich kann Trevor nicht finden. Der Rauch ist einfach zu dicht. Sam, du hilfst Elvis, während Penny den Brand weiterlöscht. Mach' ich, Ellie. Trevor! Trevor! Kannst du uns hören? Sam, geh rauf in Normans Zimmer oben. Da bewegt sich was. Verstanden, Ellie. Habe ich noch genug Luft? Absolut, Sam. Sauerstoffvorrat 68%. Genug. Aber sei bitte trotzdem vorsichtig. Verstanden, Ellie. Danke. Ich hab' ihn, Ellie. Trevor, bleib unten und komm langsam auf mich zu. Mach' ich, Sam. So, jetzt aber raus hier. Oh, Trevor. Der Brand ist gelöscht, Leute. Es waren zu viele Geräte in einer Steckdosenleiste. Das war die Ursache für den Brand, Dillis. Steck also nie zu viele Stromfresser in dieselbe Leiste. Es tut mir leid, Feuerwehr, Frau Penny. Es waren einfach zu viele Erbsen. Ich konnte sie nicht in einem Schrank unterbringen. Oh, dann solltest du sie besser schnell verkaufen, was? Oh, ich hätte da eine Idee. Tut mir sehr leid, dass ich die Übung vermasselt habe, Ellie. Ich dachte, das Einsatzstatusprotokoll wäre langweilig. Weißt du, wir wollten gleich noch ein paar andere Übungen starten, Mandy. Wenn du willst, könntest du in der Runde in den Trainingsturm rauf. Nein! Ich mache das Einsatzstatusprotokoll, weil ich jetzt weiß, dass ich was echt Wichtiges mache und was echt Aufregendes. Dann kann ich Dolly den Fuß wieder dran machen. Gefriererbsen? Zart rauch ich im Geschmack. Heute zum halben Preis. Holt euch den Preisknüller in Dillis Laden, solange der Vorrat reicht. Schnell, schnell, schnell! Mom! Dad! Wir müssen schnell die Feuerwehr rufen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Im Haus hält sich derzeit noch Sarah auf, weil sie Butler sucht. Ein Brand im Kabeljau-Café. Im Haus hält sich derzeit noch Sarah auf, weil sie Butler sucht. Vorsicht, Leute! Ihr müsst bitte ein Stück zurücktreten. Danke! Sauerstoffvorrat 100 Prozent. Ich suche Sarah und Butler. Und ich lasse den Brand hier. Hier kann ich Sarah und Butler nirgendwo entdecken. Ich schaue mal im Keller nach. Verstanden, Sam! Sarah! Sarah! Ich bin hier, Uncle Sam! Sarah, wir müssen hier raus. Wir können doch hier nicht ohne Butler weg. Keine Angst, Sarah. Den finden wir schon. Aber jetzt musst du hier sofort raus. Der Drang ist gelöst, Sam! Ich habe Butler nirgendwo finden können. Was willst du? Los, zeig's mir! Wieso riecht Shadow denn so wild an Butlers Sachen? Sie versucht, ihn dadurch aufzuspüren. Sie schreckt vor dem Qualm zurück. Geh vor, Schnuffi! Los, Shadow! Hinterher! Ein tolles Team! Ja! Kluge Hunde! Tut mir leid, Penny. Ich wollte, dass Butler Kunststücke lernt. Und dabei ist er irgendwie ins Café gelaufen und kam an den Ofen. Weißt du, Sarah, Hunde darfst du nie wirklich aus den Augen lassen, damit du jederzeit weißt, wo dein Hund gerade steckt. Lizzie hat die drei durchgecheckt. Sie sind alle fit. Oh, Butler! Ich bin ja so froh! Das haben wir Schnuffi und Shadow zu verdanken. In diesem dichten Wald kommen wir mit keinem der Wagen durch. Und es ist viel zu weit zu Fuß. Und? Wie wollen wir die Gegend dann erreichen? Bald wird es dunkel. Tja, ich hätte da eine Idee. Das ist nicht gerade der Hubschrauberflug, den ich mir vorgestellt hatte. Keine Sorge, Leute. Ich mach das ganz locker und lässig. Verstanden, Ravani. Wir sagen Bescheid, wenn es ungemütlich wird. Macht euch keine Sorgen. Ich muss nur den Baum hinaufklettern und dann werde ich genau sehen, wo wir sind. Norman, gibst du mir bitte den... Na dann los. Alles klar, Polizeihauptmeisterin. Verstanden, Sam. Ich scanne das Terrain von oben, während ihr am Boden soht. Sei vorsichtig, Großvater. Keine Sorge, ein alter Pfadfinder verliert nie. Oh nein. Da ist was. Großvater, halt dich fest. Das klingt nach Sarah. Ja! Hey, wo ist Gareth? Gareth, geht's dir gut? Ich bin nur ein bisschen in Schwierigkeiten, Sam. Nicht so schlimm. Ich werde dich da runterholen. Wir haben Gareth und die Kinder. Aber wir brauchen Unterstützung durch den Ruhmschrauber. Verstanden. Und jetzt rauf. Möchtest du da runter, Gareth? Ja, auf jeden Fall, Sam. Ja! Jetzt sind meine Sandwiches total zermatscht. Ich hätte niemals die alte Abkürzung nehmen sollen, Sam. Besser nicht, Gareth. Und du solltest vorher irgendjemandem sagen, wo du lang gehst auf so einer Wanderung. Ohne Schnuffi und Shadow hätten wir euch nämlich kaum finden können. Es tut mir leid, Sam. Und es tut mir leid, Pfadfinder. Jetzt werdet ihr das schöne Fest versäumen und das ist alles meine Schuld. Hey, Gareth. Vielleicht ist die alte Pfadfinder-Abkürzung ja doch nicht so schlecht. Wirklich? Der Bergsteiger-Erlebnispark ist ja tatsächlich schon da vorne. Ja! Hurra! Da wären wir, Gareth. Aber willst du im Ernst noch weitere Touren mit den Pfadfindern machen? Ich denke, das will ich, Sam. Schließlich habe ich ja Norman, der trägt meinen Felsstecher. Hä? Ah! Ich hasse diesen Felsstecher so. Mandy, Norman und Sarah hängen in einer steilen Felsabbruchkante beim Bergsteiger-Erlebnispark fest. Ich werde Verstärkung brauchen, Sam. Ich hole euch mit Hydros ab. Ihr Teigmonster! Pfff! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, bleibt ganz ruhig und nicht bewegen, ja? Machen wir uns auf den Weg. Wir haben's gleich, Sarah. Dafür muss ich zuerst das Seil absichern. Mhm. Und jetzt kann ich dich mit der Rettungsslinge heil runterbringen. So, Norman, das Seil ist gesichert. An dem lassen wir uns jetzt runter. Alles klar? Mhm. Mandy, der Abstand ist zu groß. Ich werde dich da irgendwie anders runterholen müssen. Warte, Sam. Wir helfen dir. Kilo, ho! Komm, Kilo. Lass es uns da versuchen. Sam, fang auf! Es geht los, Mandy. Ich komme rüber zu dir. Oh. Wir sind bereit, Polizeihauptmeisterin. Kilo? Hier lang. Danke, Polizeihauptmeisterin. Und dir danke ich auch, Kilo. Es tut mir leid. Das war ja alles nur wegen der Pontipendi-Petunie. Ich weiß, ich sollte nicht so weit weglaufen. Und ich sagte noch, wir sollten umkehren, Onkel Sam. Womit du auch recht hattest, James. Und Mandy, du solltest niemals in so eine Felswand steigen, ohne richtige Ausrüstung und erfahrene Begleitung. Tut mir leid. Ich bin schuld, Feuerwehrmann Sam. Ich hätte besser aufpassen sollen. Ich dachte ja, nichts anderes als das Bild für die Wand der Champions. Ich wusste es, ja. Du schaffst es doch nicht, Mandy. Da irrst du dich leider, Norman. Ich konnte die Pontipendi-Petunie fotografieren, bevor Sam und Kilo da waren. Was? Nein. Na ja, dann sollten wir jetzt mal dein Foto für die Wand machen. Ja! Was zur Bären-Tatze war das? Feuer! Feuer? Ich sagte ja, hier ist ein Drache. Das war doch kein Drache. Das waren die mit ihren Kerzen. Alles klar. Wartet hier und geht nicht weg. Ich muss die Wache alarmieren. Das Monster der Pontipendi-Berge hat eine Seegraskerze fallen lassen und einen Waldbrand verursacht. Das Monster der Pontipendi-Berge hat eine Seegraskerze fallen lassen und einen Waldbrand verursacht. Tja, das musste ja so kommen. Am schnellsten sind wir mit Bessie. Los, schneller, Leute! Ich bin gleich da! Hey, da kommt Bessie! Geht in Deckung! Vorsicht! Ellie, Penny, ihr nehmt die Pumpkanister. Verstanden, Sam! Verstanden, Sam! Geht bitte alle zurück! Ein Mega-Eimer Löschwasser! Kommt sofort! Das ist wirklich ein Mega-Eimer-Wasser! Das ist alles meine Schuld. Ich fürchte leider, unsere Seegraskerzen waren die Ursache. Ich weiß, Gwendolyn, Norman hat's allen erzählt. Und der Wald ist nicht gerade der richtige Platz für offenes Feuer. Ich verspreche's. Bei dem nächsten Wahlgesangsbogen-Wald-Wochenende werden wir Batteriekerzen verwenden. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich je wieder ein Wahlgesangsbogen-Wald-Wochenende besuche. Denn das war mit Abstand die unentspannteste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Tja, Rätselagent Price. Sieht so aus, als hätten wir damit das Rätsel um das Monster der Pontipendi-Berge gelöst. Ja, Rätselagentin Sparks. Und wie sich rausstellte, war's ein Wal.